Hier im Saarland, ganz unweit der französischen Grenze, spürt man die deutsch-französische Freundschaft oder wie unsere Nachbarn sagen, Lamité Franco-Allemande ganz besonders. Und auch die beiden nächsten Künstler, die jetzt zu uns kommen, verbindet eine ganz enge Freundschaft mehr noch. Der eine ist sogar Trauzeuge des anderen. Das sind zwei große Popstimmen. Max Giesingers größter Erfolg, 80 Millionen haben Sie sicherlich im Ur- und in Erinnerung. Und Michael Schultes ESC, also Eurovision Song Contest Erfolg von 2018, You Let Me Walk Alone, auch. Heute kommen Sie mit dem sicherlich bekanntesten, viele sagen schönsten Lied des Singer-Songwriters Leonard Cohen. Hier sind Max Giesinger und Michael Schulte mit Halleluja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Your faith was strong, but you need the proof. I saw her breathing on the roof. Her beauty in the moonlight overflow young. Would you tie you to the kitchen chair? She broke your throne and she cut your hair. And from your lips, she threw the hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. Who you are Maybe there's a God above But all I've ever learned from love Is how to shoot somebody Who I'm too young It's not the cry that you hear at night It's not somebody you see the light It's a cold and it's a broken Hallelujah 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 Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you You're welcome Vielen herzlichen Dank, Max. Danke, Michael.